Hellpot Startsequenz initiiert. Auf die Stationen. Ich wiederhole. Auf die Stationen. Schnapp ich mir das Ding mal fix. Die Mission beginnt. Nein. Feuer, Feuer, Feuer. ich glaube von vorne kam dann auch noch ein zwei hier in dem panzer rufen vorsicht nicht dass wir wieder drinnen stehen ich bin noch dabei aber ich komme da vorne nicht vorbei an der wurzel das war der problem hier rechts schon naja hier stehen sie ich korrigiere gestatten sie wo war der ich richtig genau rechts ist hier noch mal da rechts geht das jetzt da naja das glaube ich das war es jetzt aber wenn das jetzt nicht geklappt hat dann weiß ich auch nicht da okay mei es Das kann nicht sein. Ich glaube, du bist da extra reingelogen wieder. Was ist da los? T-minus 15 Sekunden. T-minus 10 Sekunden. Klasse Garnate. Ankunftszeit T-minus 15 Sekunden im Anzug. So. Shuttle trifft ein. Das war's. Na siehste, wunderbar. Na doch, hätte ich vielleicht klappt ab. Doch, das waren 3.30 oder sowas. Easy. 3.30. Irgendwie sowas. Heftig, ja. Yo. 3.33. Ja. Mhm. Ja. Sehr cool. Oh, nice. Ich bin ein bisschen unheimlich. Ich bin ein bisschen unheimlich. Ja. toll. Pfff. Bistetig! Bestätigt! Hier bleiben! Moment! Los, los, los! Schwierigkeiten Grad 8, bei der alle das Shuttle betreten. Ist eigentlich noch easy, oder? Echt nicht? Shuttle trifft 1! Das war's! Na siehste, wunderbar! Na doch, hätte ich vielleicht geklappt gehabt, oder? Doch, das waren 3,30, irgendwie sowas. Easy! 3,30, irgendwie sowas. Heftig, ja. 3,3,3!